Wie bereits angesprochen, ist er nun zu Gast, unser Rennfahr-Rookie Christoph Zellhofer, herzlich willkommen. Christoph, du bist noch sehr, sehr jung, bist 21 Jahre alt. Wann hast du eigentlich mit dem Rennsport begonnen? Ja, ich habe ungefähr mit 15 Jahren angefangen, bei meinem ersten Rundstreckenrennen, also bin direkt beim Rennen geeignet. Ich bin aber eigentlich mit dem Motorsport groß geworden, dadurch dass mein Papa schon lange Jahre selber mit dem Motorsport tätig ist. Und ja, eben auf der Rundstrecken war dann mein wirklich erster Einstieg in den Motorsport selber. Wird man da vom Vater eigentlich gepusht oder will man selbst in den Boliden steigen? Naja, es motiviert einen natürlich, wenn man die Erfolge vom Vater sieht. Aber Puschen würde jetzt nicht direkt sagen, er ermöglicht mir halt den ganzen Einstieg und hilft mir immer wieder. Sei es bei technischen Fragen oder wenn es irgendwo ums Fahrerische geht, wo ich mich weiterentwickeln kann. Das ist natürlich immer eine gute Unterstützung. Die ersten Erfolge sind ja zweimal, glaube ich, der Sieg des Suzuki Cups. Und dann, eben wie bereits angesprochen, seit zweieinhalb Jahren der Wechsel von der Rundstrecke auf den Rallye-Sport. Wie kommt man dazu oder warum macht man das? Ja, im Rundstreckensport hat es mir gleich recht taugt. Das hat gleich gut funktioniert, weil die ersten vollen Saison gleich einmal die Führung gehabt hat. Wie ich dann im Führerschein fertig gemacht habe, wollte ich unbedingt einmal das Rallye-Fahren probieren. Und das hat mir gleich so taugt, dass jetzt mehr in Richtung Rallye tendiert als wie auf der Rallye-Strecke. Das heißt, die Bedingung für den Rallye-Sport ist der Führerschein. Genau, man fährt ja dazwischen auf die normalen öffentlichen Straßen und deswegen braucht man bei uns einen Führerschein. Das eben, wie gesagt, nun seit zweieinhalb Jahren. 2017 war bereits die zweite volle Saison. Vielleicht machen wir einen kurzen Rückblick auf diese Saison. Ich weiß, 2016 war man etwas erfolgreicher mit dem Junioren-Vizemeistertitel, dem Staatsmeistertitel. Und 2017 hat man dann an diese Erfolge nicht wirklich anschließen können. Was war der Grund dafür? 2016 war gleich ganz so ein guter Einstieg für unsere erste Saison. 2017 wollte man natürlich nur ein wenig mehr. Wir haben ein neues Auto aufgebaut. Wir waren viel motiviert für die Saison. Leider hat es nicht ganz so funktioniert, wie wir es sich vorgestellt haben. Ich habe fahrerisch einige Fehler gemacht, die ich nicht machen sollen hätte. Technisch hat es uns nicht ganz so mitgespielt. Ich habe einige Male neue Beifahrer gesucht. Ich habe das Ganze rundum und um ein wenig durcheinander gebracht. Und durch das war die ganze Saison nicht ganz so viel Erfolg gekrönt. Sprechen wir vielleicht von einem Auto, das technisch nicht hundertprozentig funktioniert hat 2017. Was ist das für ein Bolidny? Ich bin jetzt mit einem Suzuki Swift unterwegs. Mit der Technik von Super 1600 Auto. Das heißt, wie es damals werkseitig eingesetzt worden sind die Autos. Ist recht ein starkes Auto. Fahrwärtsmäßig auch ganz gut. Man muss natürlich trotzdem erst einmal umgehen können mit sowas. Weil nur ein schnelles Auto macht einen kleinen schnellen Fahrer. Aber wir hoffen natürlich, dass wir das Auto jetzt so weit in den Griff bekommen haben, dass wir hier standfest damit unterwegs sind. Ich möchte noch meinen Teuer dazu beitragen. Und dann werden wir hoffentlich gute Ergebnisse zusammenbringen. Wie viele PS sind da unter der Haube? Ungefähr 240. Das ist schon beträchtlich. Und welche Geschwindigkeiten erreicht man da eigentlich auf so Rallye-Strecken? Ja, die Autos sind relativ kurz übersetzt. Das heißt, er geht jetzt ungefähr 170 kmh. Was aber für enge Waldstraßen, sage ich einmal, schon ganz ausreichend ist. Es gibt ja einige Videos auf YouTube oder auch auf Facebook, wo man nachschauen kann. Wo man viele, viele Unfälle auch sehen kann. Also da glaube ich, ist es wirklich besser. Man fährt eher langsamer als mit 170 kmh in so eine Kehre hinein. Ja, natürlich, wenn man eine Zeit, wo gut machen will, muss man ein wenig schneller unterwegs sein. Nur wenn man langsam fahren, gewinkt man leider keine Rallye. Und jetzt zum Auftakt für 2018. 2013 hast du dich auf die Jänner-Jahr-Rallye oder auf die Schnee-Rallye nach Oberösterreich begeben. Wir haben es bereits angesprochen. Eigentlich sehr gut gelaufen. Ich glaube, als 13. im gesamten Rang abgeschlossen, diese Rallye. Grundsätzlich zufrieden mit dem Auftakt? Ja, hat ganz gut funktioniert. Natürlich der beste Einstieg in die Saison, was man sich vorstellen kann. Ich wollte schon lange die Jänner-Rallye einmal fahren. Leider haben sie zwei Jahre jetzt pausiert gehabt. Deswegen heuer als erstes Mal meine Möglichkeit, dass ich dort fahren können habe. Auch als erstes Mal für mich im Renntempo auf Eis und Schnee unterwegs. Hat aber auch für das wirklich gut funktioniert. Die Bedingungen waren nicht unbedingt einfach dafür, durch das, dass wir nicht immer Schnee gehabt haben, sondern es war mal Asphalt, dann wieder Eis und Schnee gemischt. Und das Ganze im Kilometertakt quasi abwechselnd. Zwar das ein wenig schwarzer Meistern drauf, aber wir sind es eher vorsichtig angegangen, das Ganze. Und das Wichtigste war dort wirklich nur, dass man halbwegs fehlaufrei über die Runden kommt und das Ganze ins Ziel bringt. Ich weiß noch, da hat es eine Aussage gegeben, beim ersten Rennen war es das Ziel, das Auto völlig unbeschädigt und ohne Kratzer, glaube ich, ins Ziel zu bringen. War das dieses Mal auch wieder das Ziel, oder ist es darum gegangen, okay, einige Kratzer sind schon möglich, aber dafür schnell zu sein? Naja, bei der Nennliste, bei den Startertourten, haben wir es als Ziel schon gesetzt gehabt, dass wir zumindest unter den Top 3 in der 2WD sein wollten. Mein persönliches Ziel als Sieger in der 2WD war insgeheim schon eingesetzt. Und das haben wir Gott sei Dank auch umsetzen können. Eine Seitenfrage habe ich noch zu einer Person, und zwar nämlich Simon Wagner. Wer die Rennen verfolgt hat, weiß, dass dieser junge Mann, ebenfalls eigentlich Österreicher, sehr lange die Führung inne gehabt hat. Und dann in der letzten Etappe, wegen Getriebeschadens, eigentlich völlig aus der Wertung gesprungen ist. Wie hast du das persönlich miterlebt? Ja, wir haben selber nicht so viel direkt mitgekriegt davon, weil wir eher in unserem Umfeld, in unsere Klassenwände geschaut haben, wo es da abgeht. Aber ich habe es dann am Schluss, habe ich ihn stehen gesehen auf der Verbindungsetappen. Und ja, natürlich ärgerlich, wenn du jetzt die letzten drei Prüfungen führst, und dann am Weg zur Zielrampe quasi technisch ausfällst, das ist immer ärgerlich. Aber das gehört leider bei uns im Motorsport dazu. Für ihn wird es wahrscheinlich dasselbe sein, wie für dich. Wo liegt jetzt wirklich so die Faszination am Rallye-Sport? Ja, es war irgendwie schwer. Ist es die Gefahr, die juckt, oder das Kribbeln während des Fahrens, oder ein Auto einfach so schnell wie möglich auf der Straße bewegen zu können? Auf alle Fälle, dass man ein ganz eigenes Limit und ans Limit vom Fahrzeug gehen kann, und man halt auf den Straßen wirklich probieren kann, wie weit das man gehen kann, und sich in den Grenzbereich eben bewegt, wo es noch möglich ist mit den Fahrzeugen. Ja, das ist auf alle Fälle das, was das ganze Spannend macht. Wie viel Gefahr fährt eigentlich ständig mit? Je nachdem, wie viel Risiko, dass man hingeht. Aber, ja, ich sage einmal, hundertprozentig sicher ist man nie. Aber die Autos sind heutzutage wirklich sicher gebaut, und man muss auch Gott sei Dank sagen können, dass in Österreich schon lange nichts, kein tragischer Unfälle mehr passiert ist. Generell auch in einer WM-Lauf zum Beispiel, wo die wirklich sehr noch an der Grenze, an der möglichen Grenze quasi unterwegs sind, passiert Gott sei Dank auch so gut wie nie. Also man sitzt grundsätzlich in einem Käfig? Genau, ist ein eigenes Sicherheitskäfig verbaut in dem Fahrzeug. Man sitzt auch in Schollensitze mit Fünfpunktgurten, verschnallt, dass wir richtig gut drinsitzen und nicht auskennen. Ja, das macht das Ganze natürlich um einiges sicher, als für ein normales Straßenauto. Also der Auftakt 2018 ist jetzt aus deiner Sicht einmal sehr, sehr gut geglückt. Wo will man am Ende des Tages 2018 stehen? Ja, auf alle Fälle einmal das Ziel, was wir vorher gesehen vorgehabt haben mit dem Juniorentitel. Das möchte ich auf alle Fälle zusammenbringen. Und in der Zwei-WD-Meisterschaft wäre es natürlich auch schön, wenn wir zumindest unter die ersten drei kommen. Weiß man dann schon, wer der größte Konkurrent sein wird dieses Jahr? Müssen wir ein wenig schauen, wer hier noch alle startet. Im Jännerrallye waren jetzt nicht allzu viele Starter in der Zwei-WD. Das wird sich jetzt im nächsten Rennen schon wieder ändern. Wird sich aber jetzt noch zwei, drei Rennen, sage ich mal, spätestens ausserkristallisieren, wer wirklich die direkten Konkurrenten sind. Und was ist eigentlich jetzt das übergeordnete Ziel? Wo will man insgesamt hin? Wo will ein Christoph Zellhofer am Ende des Tages stehen? In drei, vier Jahren? Ich glaube, das Ziel von jedem Rallye-Fahrer ist einmal die Rallye-WM. Das ist aber ein Ziel, was man nicht wirklich einfach erreicht. Ich sage einmal, der erste Staatsmeistertitel, das ist ein Ziel, was noch erreichbar ist, aber trotzdem schon hochgesteckt das Ziel ist. Und ja, das wäre natürlich auch mein persönliches Ziel, einmal einen Staatsmeistertitel einzufahren können. Wir werden dranbleiben und deine Ziele mehr oder weniger verfolgen. Der Papa wird die Tipps geben und wir werden das medial verarbeiten. Ich wünsche ganz viel Glück für die weiteren Rennen, vor allem, dass nichts passiert und dass es vielleicht wirklich klappt heuer 2018 mit dem weiteren Staatsmeistertitel. Danke für den Kommen. Danke an Sie fürs Zusehen, denn das war es wieder mal vom Sport auf M4 TV. Mein Name ist Günter Berger und Sie sind im Bild. Danke für den Kommen. Danke für den Kommen. Danke für den Kommen. Danke für den Kommen. Danke für den Kommen.